Ja, richtig. Gehen wir auf jeden Fall von dem Fluss auch noch mal ein, zwei Szenen rein. Dann haben wir da was. Versuchen wir mal den großen Stein zu treffen. Welchen? Da ist doch eins, zwei und dann ein kleiner Stein. Also nicht der da eins, zwei, drei. Warum soll er denn treffen? Weil ich den jetzt genau mit hab. Versuch den mal oben zu treffen, so. Das ist ja auch Feuer. Ja, ja. War das nicht der oder der eine? Nein, nein, einer daneben. Aber die Richtung hat schon mal gestimmt. Ja, der war jetzt an. Ich glaube, das schaffst du noch. Aber warum? Das ist irgendwie halt der Bewegung. Da macht der Klopp. Boah, der war gut. Weil das sieht man ja vergrößert. Okay. Ich hab ein bisschen Wasserbelegung drin. Das kann man zwischendrin machen. Ja. Wenn man es nicht lang hat. Hey. Der war auch nicht schlecht. Das gibt's doch gar nicht. Boah, eine Muschel. Ja, da gibt's hier eine ganze Menge. Komm mal. Ja, so hab ich die meinen. Das sieht dann so aus, als würde es regnen. Ich hab's halt schon andere getroffen. Eine kleine Muschel, größere. Das sieht dann so aus, als würde es regnen. Ja, ja, genau. Das geht ja anders. Ah, der ist ja dumm. Ich hab's halt schon andere getroffen. Eine Kleine, der ist ja anders. Lup. Hab man aber nichts gesehen, was so weit hinten ging. Mach nochmal. Ja, das sieht man schon. Ja, das ist aber nur einmal. Weißt du, was cool wär? Lup. Wenn ihr, wenn ihr, ähm... Jeder so ein Ding nimmt, dann eins, zwei, drei, oder? Ja, eins, zwei, drei. Dann erst du, dann eher. Also so verzögert. Eine halbe Sekunde. Jedoch eine Handvoll Dreck. Und dann alle in die Richtung. Oh, hör doch auf. Das wird doch voll der Sport. Treffen wir den Stein oder nicht. Okay. Jetzt nimm mal so eine Handvoll Dreck, so wie ich. Und eine halbe Sekunde nach ihm wirfst du. Ja, du sagst halt jetzt jetzt. Auf die Plätze, fertig. Wolke. Und Fradinho. Ah, jetzt. Ah, er hat versaut. Na, gar nicht. Nee, der war geil. Jetzt kannst du... Weißt du, was du machen kannst? Du kannst diese halbe Sekunde nehmen...